Das ist keine Rechtsgrundlage, das ist kein Rechtsstaat hier. Wir sind das Volk und wir sind mehr und wir sind Flüchtiger. Ihr seid Volkempfänger, ihr habt Remonstrationspflicht nach Beamtenstatusgesetz. Euer Handeln muss verhältnismäßig sein, das ist es nicht. Ihr stört die Demonstration, ihr stört das Grundrecht, ihr seid keine Polizisten. Das hier hat nichts mit Demokratie zu tun. Das ist Stasi 2.0, das ist Securitate Bavariae, das ist keine Polizei, das ist ein alter Hut. Das ist das, was die Polizei hier handelt, den Flüchtigen und Druckgesetzen gedeckt. Ende. Ja. Lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Ab! Lass zurückbleiben. Mannschaft! 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 Ja! La Ciblos! La Ciblos! La Ciblos! Schaut hier an den Sand! Wahnsinnig! Auf einen losgehen! Na! Franz! Das ist mein Freund! Die darf gehen! Franz! Können Sie mal bitte beiseite gehen? Der Kindergarten! Fassen Sie mich nicht an! Was wirft man mir vor? Was wirft man mir vor? Erzählen Sie, wenn Sie hier zu sehen, Sie die Bedeutung. Das weitere wird dann erklärt. Das gibst du alles dann weiter? Das darf man da nicht rein. Vorsicht! Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!